Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Start in die neue Woche. Ja, die Luxus-Badezuber, die werden jetzt fast verschenkt. Wäre es für ein Wunder, bei diesen Energiepreisen, da kauft sich ja keiner mehr so ein Ding. Nicht einmal mehr fürs Wäschewaschen, höchstwahrscheinlich kommt ja von der Regierung auch bald der Hinweis und der Tipp, dass wir unsere Unterhosen doch etwas länger tragen können. Zu viel waschen macht ja auch den Stoffmürbe. Dann leben wir in einer Zeit, in der möglicherweise jedes Unglück, jeder Unfall gleich der Sabotage zugeschrieben wird. In Dänemark oder vor Dänemark, vor der Insel Bornholm, gab es wohl einen Kabelbruch in einem Unterwasserkabel und es gab ein Blackout, nichts ging mehr. Vermutungen, dass es Sabotage war, waren sofort da. In Kiew gingen einige Bomben nieder und man sprach davon, dass es sich um eine Vergeltungsaktion von Wladimir Putin, von den Russen gehandelt haben könnte, Vergeltung für den Terroranschlag auf die Krimbrücke. Putin vermutet ja, dass der ukrainische Geheimdienst dafür verantwortlich ist. Wir halten zwei Dinge in diesem Zusammenhang für bemerkenswert. Erstens, die ukrainischen Medien glauben das auch oder halten das auch für möglich. Und zweitens, der Geheimdienst hat sich aber nicht dazu geäußert, dass er es getan hat. Tja, welch ein Wunder. Nun ein spezieller Tipp von uns. Wer schon mal wissen möchte, wie der Krieg in der Ukraine ausgeht, der fragt diesen Top-Experten. Also im Augenblick sind nicht mehr die Experten gefragt, sondern die Top-Experten. Also wer wissen will, wie es da ausgeht, kann ja mal nachfragen. In Deutschland geht derweil der normale Irrsinn weiter. Lebensmittel, die nicht vergiftet sind, die sind dann ausverkauft. Also alles in allem eine sehr schlimme, schwierige Situation. Und wir hoffen, dass ihr euch alle schon etwas vorbereitet habt. Nun gut, Leute, die CDU hat die Wahl in Niedersachsen leider nicht gewonnen. Sie hat Stimmen verloren und so gibt es erste Konsequenzen. Friedrich Merz hat einen Manager der Partei entlassen. Wir finden ja, dass die Konsequenzen nicht hart genug ausgefallen sind. Möglicherweise hätte er bei sich selbst anfangen sollen. Herr Merz, Sie sind leider auch nur ein Politclown. Und Sie werden den Karren auch nicht aus dem Dreck ziehen. Ja, insgesamt, die SPD hat auch verloren. Die AfD hat ihre Stimmen fast verdoppelt. Aber trotzdem, die Bürger in Niedersachsen finden, alles ist scheiße. Wir machen weiter so. In diesem Sinne, Leute, die Mehrheit der Bevölkerung wird wohl nicht aufwachen. Aber wie wir schon immer gesagt haben, wir brauchen nicht die Mehrheit. Wir brauchen eine adäquate Minderheit. Die wird das dann eventuell richten und die wird für Veränderung sorgen. Geht weiter hinaus. Zeit, Gesicht, sagt eure Meinung, dann wird's. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst euch nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.